Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Star Wars The Old Republic Guide Video von mir. Wie bereits angekündigt, geht es dieses Mal um die iPhone Champions, also um das Achievement, wo man sie findet. Insgesamt gibt es vier Stück von ihnen, die man hier finden kann und im Kampf besiegen kann. Und das möchte ich euch in diesem Video gerne zeigen. Wenn euch mein Kanal und meine Videos gefallen und wenn euch diese Videos auch weiterhelfen und ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und ihr seid immer brandaktuell dabei. Und wenn ihr Fragen habt oder Wünsche habt, was für Videos ich noch machen soll, beziehungsweise wenn ihr mir generell Feedback geben wollt oder mit mir reden wollt, könnt ihr das gerne in den Kommentaren tun oder auch auf unserem Discord-Link in der Beschreibung. Auf Discord müsst ihr euch nur die passenden Rollen auswählen und die Regeln bestätigen und dann seid ihr ready to go, um mit mir und der Community in Interaktion zu treten. Der erste Champion befindet sich in diesem Bereich in der Nähe von Dorf Kalikori. Maren Gavrok ist sein Name. Maren Gavrok für ein strengthens тр千� Und hier hätten wir den Guten, am Ende des Weges, bei dem Turm. Der zweite Champion ist in diesem Bereich im Fleischräuber-Territorium und sein Name ist Blutleder. Oder Blutraut in dem Fall hier jetzt. Der dritte Champion ist ein Fluide und befindet sich bei die Schmiede Ruine. Untertitelung des ZDF, 2020 Und hier haben wir den Guten. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Der letzte Champion ist der große Häuptling. Den gibt es ebenfalls in diesem Gebiet etwas weiter vorne. Da ist er schon, der Häuptling Cash. Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende. Dieses kleinen Guide-Videos zu den Champions auf Typhon gekommen. Ich hoffe, das Video hat dem einen oder anderen geholfen, diese Champions zu finden und einen Eindruck von ihnen zu vermitteln. Es gab drei schwere Champions und wir sehen uns beim nächsten Guide-Videos. Solltet ihr mich mal live sehen, könnt ihr mich mal live sehen wollen, könnt ihr dies über den Twitch-Link machen, der in der Beschreibung ist. Würde mich freuen. Und wenn ihr noch eine nette Gilde sucht, wir haben Community-Gilden auf Republikseite und auf Imperialer Seite, die im Aufbau sind und neue Mitglieder gerne begrüßt. Einfach im Chat während des Livestreams schreiben oder auf dem Discord sich dafür melden. In diesem Sinne, ich bin Superslate, euer freundlicher Let's Player von dem Mann. See you. See you. See you. See you. Bis zum nächsten Mal.